Janusir Shasana, halbe Vorwärtsbeuge, Variation Beuge das linke Bein und lege die Fusssohle an den linken Oberschenkel. Halte den rechten Zehen mit Mittel- und Zeigefinger fest, leg dann die linke Hand von hinten auf den Oberschenkel und schau über die linke Schulter. Streck den linken Arm in einem grossen Bogen, bis die Finger den gestreckten Daumen der rechten Hand berühren. Öffne deine Brust nach vorne, fünf Atemzüge halten. Und einatmen, Arme strecken, zurückkommen, beide Beine und Rücken strecken. Und Seite wechseln, rechtes Bein anziehen, rechte Hand auf den Oberschenkel. Linke Finger halten den Zehen, Blick über die rechte Schulter, Rücken strecken. Einatmen, rechte Arm strecken, linker Daumen halten, Brust öffnen, Nacken verlängert die Wirbelsäule. Fünf Atemzüge halten. Einatmen, Arme strecken, zurückkommen. Beide Beine strecken, nachspüren. Beide Beine strecken, nachspüren. Ton Jefe acke Neubert